Was hat Ostern mit den Ostereiern zu tun? Weil das Hühnerei neues Leben birgt und erzeugt, galt es schon im alten Orient als Sinnbild für die Fruchtbarkeit. Man orientierte sich bald an der Wirkungskraft des Eis und verglich die harte Schale mit dem Grab Christi, aus dem schließlich durch die Auferstehung neues Leben entstand. Weil das Verspeisen von Eiern während der Fastenzeit nicht erlaubt war, spielte das Hühnerei als Lebensmittel eine große Rolle. Denn hart gekocht hielt sich das Grundnahrungsmittel lang und konnte am Ende der Fastenzeit noch verspeist werden. Zunächst wurden die Eier nur rot gefärbt, um an das Leiden von Jesus zu erinnern, der sein Blut für die Erlösung der Menschheit vergossen hatte. Mit der Zeit wurden die Eier immer kunstvoller, mit immer neuen Techniken verziert. So werden heute die Ostereier in allen möglichen Arten bemalt, beklebt oder verziert. Vermutlich geht die Tradition des Ostereierverschenkens auf einen alten Brauch, der Abgabe von Zinseiern im Mittelalter zurück. Hier mussten die Bauern den Grundbesitzern die Steuern und Abgaben am grünen Donnerstag unter anderem mit Eiern bezahlen. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert änderte sich diese Tradition des Eierverschenkens. Von da an wurden nicht nur die Grundherren mit Eiern bedacht, sondern auch Kinder und Freunde, denen man die im Ei innewohnende Fruchtbarkeit und Lebenskraft übertragen wollte.